Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meiner Top 10 der wichtigsten Heilkräuter für die Hausapotheke. In Deutschland hat sich der Medikamentenmangel in den letzten Jahren absolut verschärft und das Problem besteht auch in diesem Jahr weiter fort. Rund 500 Medikamente sind aktuell von Lieferengpässen betroffen, darunter auch lebenswichtige Präparate wie Antibiotika oder auch Fiebersäfte für Kinder. Und sogar so grundlegende Mittel wie Kochsalzlösungen sind knapp. Diese Engpässe betreffen besonders häufig Kinderarzneimittel und auch Medikamente zur Behandlung von chronischen Erkrankungen. Die Gründe für den Mangel sind vielfältig. Es gibt Produktionsprobleme in Verden-Ost, Störungen in globalen Lieferketten und die Abhängigkeit von wenigen Herstellern, insbesondere aus Asien. Das macht Deutschland anfällig für Engpässe. Auch der steigende Bedarf an bestimmten Medikamenten, gepaart mit der Konzentration auf wenige Produktionsstandorte, führt zu diesen Versorgungsproblemen. Um die Situation abzufedern, versuchen Apotheken oft, alternative Präparate zu besorgen oder bestimmte Medikamente auch selbst herzustellen. Aber der Aufwand, der damit verbunden ist, wird kaum honoriert. Das führt zu einer steigenden Belastung für Apotheken, die täglich viel Zeit für die Beschaffung von Ersatzmedikamenten aufwenden müssen. Ich finde, diese Entwicklung verdeutlichen die Notwendigkeit, auch über natürliche Alternativen wie Heilkräuter nachzudenken, um alltägliche Beschwerden zu lindern. Besonders in Zeiten, in denen konventionelle Medikamente schwer erhältlich sind. Deswegen gibt es jetzt meine Top 10 von wichtigen Heilpflanzen für die eigene Hausapotheke. Und ich habe welche rausgesucht, die man einfach selber sammeln und trocknen kann und die sich auch für verschiedene Beschwerdebereiche eignen. Ich habe dafür eine Top 10 angelegt und wir beginnen bei der Nummer 10 und arbeiten uns bis zur Nummer 1 vor. Natürlich kann die Liste auch bei jedem anderen andere Heilkräuter beinhalten oder auch eine andere Reihenfolge aufweisen. Das kommt ja immer sehr darauf an, wofür oder wogegen man die Heilkräuter benutzen möchte. Los geht's mit Nummer 10. Das ist bei mir das Mädesüß, Philippendula ulmaria. Die Pflanze wirkt schmerzstillend, fiebersenkend und entzündungshemmend. Sie ist hilfreich bei Kopfschmerzen, bei Gliederschmerzen und auch bei fieberhaften Erkältungen. Sie enthält Salicylsäure, ähnlich wie Aspirin. Das Mädesüß können wir ganz einfach, frisch oder getrocknet, selber sammeln. Es wächst gerne an feuchten Standorten und dabei kann man Blätter und Blüten gleichermaßen mitbenutzen. Nummer 9 ist die Goldrute. Egal, ob wir die einheimische Art, die Solidago Virgaurea haben oder ob wir die kanadische, die Solidago Canadensis, vor uns haben. Die Goldrute wird bei Blasen- und Nierenleiden eingesetzt, denn es hilft bei Entzündungen der Harnwege und zur Vorbeugung von Nierenstein. Auch die Goldrute nutze ich am liebsten als Teekraut. Nummer 8 ist die Ringelblume, Calendula officinalis. Sie wirkt wundheilend, entzündungshemmend und antiseptisch. Besonders nützlich ist sie zur Wundheilung, bei Hautirritationen, Exzemen und auch bei leichten Verbrennungen. Ideal ist sie in Salben und auch als Tee getrunken, kann die Ringelblume gut helfen bei Verdauungsproblemen, bei Entzündungen und auch zur Stärkung des Immunsystems. Auf Platz Nummer 7 landet diesmal der Spitzwegerich. Da gibt es schon ein Video, das heißt Spitzwegerich meine Nummer 1. In dieser Prioritätenliste hat er Platz Nummer 7 erreicht und zwar gemeinsam mit seinen Brüdern, den mittleren und den breiten Wegericharten. Die Wegeriche wirken schleimlösend, entzündungshemmend und antibakteriell. Sie sind hervorragende Mittel bei Husten und Atemwegsinfektionen, einfach als Tee getrunken. Und sie helfen auch mit zerquetschten Blättern äußerlich aufgelegt bei der Linderung von Insektenstichen und kleineren Wunden auf der Haut. Auf Nummer 6 landet die Pfefferminze. Sie wirkt krampflösend, kühlend und verdauungsfördernd. Pfefferminze hilft bei Verdauungsbeschwerden, bei Kopfschmerzen und bei Erkältungen. Sie ist ideal als Tee oder auch als ätherisches Öl zur äußeren Anwendung bei Muskelverspannungen. Auf Platz 5 kommt der Weißdorn. Er wirkt herzstärkend, blutdruckregulierend und durchblutungsfördernd. Er ist ein wichtiges Mittel bei Bluthochdruck, aber auch bei Blutdruckschwankungen. Und sogar bei leichten Herzschwächen ist er hilfreich. Weißdorn stärkt das Herz und die Durchblutung und unterstützt die allgemeine Herzkreislaufgesundheit. Auch Weißdornblüten und Blätter können einfach als Tee gesammelt werden. Auf Platz Nummer 4 kommt die Schafgarbe. Sie wirkt verdauungsfördernd, blutreinigend und entzündungshemmend. Schafgarbe hilft bei Magen-Darm-Beschwerden, bei Blähungen und bei Krämpfen aller Art. Sie ist auch bekannt für ihre blutstellenden Eigenschaften und wird äußerlich zur Wundheilung verwendet. Auf Platz Nummer 3 kommt der Salbei. Er wirkt antibakteriell, entzündungshemmend und schweißhemmend. Besonders wirksam ist er bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum und bei Halsschmerzen. Salbei kann als Tee oder auch als Gurgellösung benutzt werden. Auf Platz Nummer 2 kommt der Thymian. Er wirkt antibakteriell, antiviral und schleimlösend. Thymian ist ein starkes Mittel gegen Atemwegsbeschwerden wie Husten, Bronchitis und Erkältungen. Seine schleimlösenden Eigenschaften machen ihn besonders nützlich in Erkältungszeiten. Und auf Platz Nummer 1 kommt die Kamille. Sie wirkt entzündungshemmend beruhigend und antiseptisch. Kamille ist aufgrund ihrer Vielseitigkeit unverzichtbar. Sie hilft bei Magen-Darm-Problemen, bei Hautreizungen, bei Erkältungen und sie wirkt beruhigend. Als Tee oder als Umschlag ist sie vielseitig einsetzbar. Das ist meine Top 10 und ich will euch noch kurz erklären, gegen welche häufigen und typischen Beschwerden diese Pflanzen helfen, die man häufig auch selber behandeln kann und vielleicht nicht den ersten Weg zum Arzt sucht, sondern erstmal in die eigene Hausapotheke. Da haben wir zum einen das Thema Schmerzen. Ob das Kopfschmerzen, Gliederschmerzen oder andere leichte Schmerzen sind. Dagegen sind zwei Pflanzen in meiner Top 10. Und zwar die Pfefferminze und das Mädesüß. Gegen Erkältung und Atemwegserkrankungen wie Husten, Bronchitis oder Halsschmerzen helfen auch verschiedene Kräuter aus dieser Top 10. Und zwar der Thymian, der Spitzwegerich und auch der Salbei. Bei Verdauungsproblemen wie Blähungen, Magen-Darm-Beschwerden oder Krämpfen helfen Treibpflanzen aus dieser Liste richtig gut. Das ist die Schafgarbe, die Pfefferminze und die Kamille. Bei Blasen- und Nierenleiden hilft die Goldrute sehr gut und auch die Schafgarbe ist hier eine sehr gute Ergänzung. Bei Hautproblemen, Wunden und Entzündungen helfen Treibpflanzen aus dieser Top 10 richtig gut. Das sind die Ringelblume, die Schafgarbe und die Kamille. Bei Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Problem ist der Weißdorn als hilfreiches Hausmittel in dieser Top 10. Bei Fieber und Entzündungen haben wir sowohl das Mähtesüß als auch die Kamille, die hier ihre tollen Wirkungen entfalten können. Und gegen Krämpfe, insbesondere Menstruationsbeschwerden, sind die Schafgarbe und der Salbei in dieser Liste als hilfreiche Mittel dabei. Ja, ihr Lieben, wie ihr vielleicht merkt, fehlen auch ein paar Einsatzbereiche in meiner Top 10. Zum Beispiel auf Pflanzen für Beruhigung, gegen Stress und für besseren Schlaf. Dazu gibt es aber auch schon ein eigenes Video, das ich euch hier jetzt nochmal verlinke. Wie wird eure Top 10 ausfallen und welches wichtige Heilkraut fehlt aus eurer Sicht in meiner Liste? Schreibt es doch gerne für mich und alle, die mitlesen, in die Kommentare. Und nun habt eine wunderbare Zeit draußen und bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020